Datencenter, Clouds und auch Edge-Clouds werden momentan heterogen, das heißt wir haben einen ganzen Zoo von verschiedenen Beschleuniger-Chips, KI-Chips, die mittlerweile in diesen Infrastrukturen vorkommen und wir entwickeln eine Software, die es klassischen Software-Anwendungen ermöglicht, diese Chips zu benutzen. Wir sind in diesem Jahr jetzt relativ stark gewachsen, wir konnten relativ viele neue Mitarbeiter mit an Bord nehmen und da hat natürlich der PR-Effekt, den wir durch den Gründerwettbewerb bekommen haben, auch in der Presse dann sehr stark mitgeholfen. Es mangelt nicht an Konkurrenz, aber es mangelt auch ebenso wenig an Kunden, die innovative Ideen haben und unser Ansatz ist eigentlich, dass wir versuchen, eine gute Mischung zwischen Push und Pull zu haben. Das heißt, das eine ist, wir gehen in Kundenprojekte rein, wir versuchen zu verstehen, was die Schwierigkeiten, was die Schmerzpunkte bei den Kunden sind, sitzen da ein Stückchen auf dem Schoß des Kunden und leiten daraus eben Bedürfnisse ab, Requirements ab, die sich dann letztendlich in unserem Produktportfolio niederschlagen und das ist eigentlich der Ansatz, den wir seit zwei Jahren fahren, der auch sehr gut funktioniert.